Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute habe ich für euch ein bisschen was anderes und zwar werden wir uns heute mit dem Debuggen beschäftigen. Debugging ist einfach eine Notwendigkeit, da kommt man nicht drum rum, weil in jedem Code wird immer Bugs geben. Bugs bedeutet irgendwelche Fehler, irgendwas läuft nicht richtig, irgendwas geht schief und irgendwas möchte nicht so wie ihr das wollt und deswegen muss ich euch jetzt heute leider an einer konkreten Sprache zeigen, wie man debuggt. Das Ding ist eigentlich nicht auf eine Sprache zugelegt, sondern normalerweise immer auf die IDE, das heißt eure Entwicklungsumgebung und leider kann ich natürlich, wenn ich keine richtige Programmiersprache benutze, euch nicht zeigen, was passiert, wenn ich eine Programmiersprache ausführe. Deswegen werden wir jetzt hier ganz kurz ein bisschen Python benutzen, aber wir haben ja auch schon Java-Code gelesen. Also ihr seht, es funktioniert wirklich alles so, wie wir es hier machen und es gibt auch wirklich diese Parallelen. Man muss eigentlich nicht mehr wirklich viel dazu lernen, wenn man das Ganze gesehen hat mal und ja, wir wollen uns heute damit beschäftigen, wenn ich hier auf Ausführen drücke, dann wird eben auch dieser Code ausgeführt. Und ja, jetzt wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, was passiert, wenn ich einen Breakpoint setze. Breakpoints sind hier an der Seite normalerweise von einer IDE angezeigt und die sehen in etwa so aus, so rote Bobbel normalerweise oder irgendwelche Glocken oder sowas und da wird dann eine Zeile rot markiert. Rot heißt in dem Fall nicht Fehler, sondern rot heißt folgendes, wenn ich das Ding jetzt ausführe, passiert immer noch gar nichts. Aber, wenn ich hier auf meine Debugging-Anzeige klicke, da sieht man normalerweise so einen Bug, also irgendwie so eine Fliege oder so einen Käfer eigentlich mehr, wenn man da draufklickt, dann werden wir hier komplett in eine andere Umgebung geschmissen und das ist tatsächlich meistens so. Und dann sehen wir hier, okay, wir gehen durch unseren Code durch, aber nur bis zum Breakpoint. Das heißt, der Code hält hier an, während er tatsächlich ausgeführt wird und zeigt euch hier unten an, was ihr alles so habt und was jetzt hier gerade so passiert. Und wenn ich dann aber jetzt weitermachen möchte, dann habe ich hier an der Seite irgendwelche Anzeigen, die ich benutzen kann, um eben mein Programm weiter auszuführen. Also das hier ist Rerun, da fange ich wieder von vorne an, sprich bis hierher. Das hier ist ich fürs Weiteraus, das heißt bis zum Ende, weil ich ja keinen Breakpoint habe, aber ich kann natürlich auch zwei Breakpoints haben. Dann kann ich hier wieder draufklicken, dann gehe ich zum ersten Breakpoint, dann sehen wir hier alle, dazu kommen wir gleich, dann kann ich hier weitergehen zum nächsten Breakpoint, kann wieder von vorne anfangen, kann nochmal weitergehen, kann hier terminieren. Das heißt, ich briche meine Ausführung von meinem Code wirklich ab, das heißt, ich mache Stop und gut, dann habe ich hier natürlich noch ein paar mehr Dinge, aber die braucht man normalerweise eigentlich selten. Und jetzt habe ich natürlich hier die richtig, richtig coole Möglichkeit, also ich kann hier immer noch sehen, was tatsächlich schon ausgegeben wurde. Hello World 1 wurde schon ausgegeben, das ist die erste Zeile. Und dann haben wir aber einen Breakpoint und hier wird dann die Ausführung vorher pausiert, das heißt, ich habe hier diese Zeile Code noch nicht ausgeführt, aber ich führe sie aus, indem ich hier einfach auf Play klicke, dann habe ich Hello World 2 ausgegeben, klar, bei Hello World 3 haben wir keinen Breakpoint, das heißt, Hello World 3 wird ausgegeben. Und dann machen wir hier wieder Pause, das heißt, vorne am Zeilenanfang pausieren wir unser Skript und sehen Hello World 4 nicht. Und jetzt kann ich natürlich hier auf Weitergehen, dann sehen wir 4 und 5 auch. Und dann steht hier auch der Exit Code, das heißt, wir sind durchgelaufen ohne irgendwelche Fehler. Und das funktioniert eigentlich tatsächlich auch sprachenunabhängig, beziehungsweise editorunabhängig, ziemlich, ziemlich ähnlich immer. Ihr werdet eigentlich meistens so eine Ansicht haben, dass ihr hier eben Code ausführen könnt. Hier seht ihr dann, was in der Konsole ausgegeben wird und dann habt ihr noch die Möglichkeit, entweder hier eben über den Debugger, ich lasse das nochmal kurz laufen, damit wir es richtig sehen können, über den Debugger oder dann manchmal ist es auch hier oben irgendwie in einer komplett anderen Ansicht, sieht man dann eben, was zum Beispiel Variableninhalt angeht. So, ich mache hier nochmal Stopp und dann sage ich hier mal, irgendeine Variable war ist gleich 1. Zum Beispiel, Python benutzt keine Typen, deswegen muss ich jetzt hier keinen Typ angeben. In Java oder sowas würdet ihr halt ganz normalen Java-Code benutzen, Python hat auch keine Semikolons, aber ja, das ist wirklich nicht wirklich relevant. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann sehen wir hier, okay, ich habe hier einige komische Variablen, die zwar immer da sind, aber hier unten sehe ich trotzdem meine Ware. Und dann seht ihr sogar hier hinten dran, auch wenn man es nicht glaubt, Python kann Integer, sieht man hier war ist gleich int und dann sieht man hier 1. Oder sogar hier oben war Doppelpunkt 1, das heißt, wir sehen auch, was wir tatsächlich hier haben. Ich lasse es jetzt nochmal 1 weiterlaufen zum nächsten Breakpoint und dann sehen wir hier immer noch, diese Variable hier ist immer noch 1. Hier unten steht es auch nochmal war ist gleich ist ein Integer 1. Also das sagt uns das. Und hier oben haben wir noch andere Variablen, die eben tatsächlich hier jetzt während der Laufzeit von Python für uns erstellt werden. Das hat aber eigentlich nichts mit dem zu tun, was ihr machen wollt. Ihr könnt natürlich hier auch diese Variablen euch angucken, das sind irgendwie so relativ seltsame Dinge. Ja, also keine Ahnung, ich habe die auch noch nie wirklich alle durchgeguckt, muss man auch glaube ich nicht machen. Hier sehen wir natürlich auch, welche Datei wir gerade am Laufen haben, das kann man auch jederzeit übrigens abfragen. Also wenn ihr sagt, if-file gleich 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 hier diesen und das ist auch wieder ein String, dann sieht man hier auch immer den Typ vorne dran und so weiter und so fort. Okay, also das ist Debugging, das ist relativ mächtig und ich würde euch da immer empfehlen, dass ihr irgendwie, wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten habt, mit diesen Breakpoints wirklich arbeitet in einer richtigen IDE, denn das geht jetzt zum Beispiel nicht gut auf der Konsole. Man hat zwar hier auch die Konsole, wo man die Ausgaben sehen kann, aber ich kann natürlich auch zur Laufzeit einfach neue Breakpoints einsetzen. Also ihr erinnert euch, ich war jetzt glaube ich hier, ich kann hier einfach noch einen Breakpoint einsetzen, wenn ich möchte. Okay, hier kann ich nicht, weil ich da keine Zeile Code habe, aber hier kann ich auch nochmal einen machen. Wir hatten hier bis Hello World 3 ausgegeben. So, dann lasse ich jetzt weiterlaufen und wir springen einfach zum nächsten Breakpoint, obwohl der gerade, als ich gestartet habe, noch nicht mal da war. Und jetzt kann ich den Breakpoint hier wieder weg machen, kann ihn hierher setzen und kann mich auch von vorne laufen lassen. Und dann sehen wir hier, Variable 1 existiert noch gar nicht, weil diese Zeile wurde ja nicht ausgeführt. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal irgendwie eine Variable nicht findet oder sowas, dann existiert die einfach auch tatsächlich nicht. Und das kann dann wirklich schon Informationen darüber geben, was gerade schiefgelaufen ist an unserem Skript. Ja, und das ist ziemlich cool. Ich glaube, achso, nein, halt. Ich kann natürlich das Ganze nicht nur in normalem Code machen, sondern ich kann das auch in Methoden oder Funktionen haben, die ich dann mehrmals aufrufe. Also, die werden dann zum Beispiel hunderttausendmal aufgerufen und ich zeige euch das ganz kurz an einem Beispiel vielleicht. Wir schreiben uns hier eine Funktion. Der Funktion braucht nichts. Python hat auch keine geschweiften Klammern, sondern nur einen Doppelpunkt, aber ist wie gesagt nicht wichtig. Print. So, machen wir einfach mal so und jetzt rufen wir einfach immer die Funktion auf. Ich ändere das mal ganz kurz und pausiere euch. Okay, so, jetzt haben wir hier eine Funktion und die wird viermal aufgerufen. Jetzt kann ich hier aber tatsächlich auch ein Breakpoint erstellen. Wenn ich das Ding jetzt debugge, dann springen wir hier rein und das ist der erste Aufruf. Das heißt, hier wird erstmal das erste Mal, also wir sehen noch keine Ausgabe, weil wir hier natürlich vorher wieder anhalten. Das heißt, wir haben hier ein Breakpoint bei Print. Also, wenn ich das jetzt weiterlaufen lasse, sehen wir einmal Hello World ausgegeben. Wir landen wieder in dieser Zeile, aber diesmal natürlich vom zweiten Funktionsaufruf und so weiter und so fort. Und Variablen haben wir hier keine. Warum haben wir hier keine Variablen? Naja, wir sind in der Funktion. Und diese ganzen Variablen, die uns hier draußen zur Verfügung stehen, die stehen uns in der Funktion nicht zur Verfügung. Die stehen uns nur im Hauptcode zur Verfügung. Also, weiter geht's und wir sehen hier wieder Hello World ausgegeben, wieder Hello World ausgegeben und das letzte Mal Hello World ausgegeben und jetzt sind wir fertig. Also, das funktioniert natürlich auch. So, ich möchte hier trotzdem nochmal ganz kurz was machen. Halt, stopp, da brauchen wir hier wieder den Breakpoint. So, war gleich zwei. Und jetzt geben wir hier einfach noch die Variable dazu aus. Das macht man in Python mit so einem Komma. Und jetzt debugge ich das Ganze nochmal. So, und wir sehen hier wieder, okay, wir haben diese Variable hier. Und wenn wir die ausgeben, kommt logischerweise auch Hello World und dann zwei raus. So, jetzt habe ich nicht nur die Möglichkeit, den Wert hier abzulesen, sondern ich kann auch Rechtsklick drauf machen. Also, in manchen Fällen geht es dann ein bisschen anders, aber meistens irgendwie Rechtsklick oder sowas oder Doppelklick oder so. Und dann kann ich hier Inspect machen. Inspect gibt mir in dem Fall jetzt nicht wirklich Auskunft, sagt mir einfach, wie groß diese Variable ist. Ist jetzt auch nicht wirklich spannend. Falls ihr euch wundert, man kriegt das Fenster mit Escape wieder weg. Also, ja, und dann kann ich aber sogar hier zum Beispiel Sachen wie Set Value machen. Dann kann ich hier für meine Variable auch wirklich einen Wert setzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine Variable auf 4 setzen. Dann sehen wir hier, hier oben steht jetzt plötzlich Variable ist 4. Und diese Farbe sagt mir, da hat sich was geändert. Also ursprünglich war es was anderes. Und wenn ich jetzt mein Skript weiterlaufen lasse, dann wird hier plötzlich Hello World 4 ausgegeben. Das heißt, ich kann wirklich zur Laufzeit auch ein paar Variablen ändern und damit rumspielen. Das ist wirklich cool. Damit kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Und, ja, jetzt habe ich euch, glaube ich, tatsächlich alles gezeigt, was man zu einem Debugger erstmal zumindest als grundlegendes Wissen wissen muss. Wir können natürlich hier auch noch die ganzen Punkte über durchgehen. Aber ich glaube, die sind selbsterklärend und ihr müsst die wirklich für jede IDE oder für jede Programmiersprache dann auch einfach mal ein bisschen durchlesen und ausprobieren, was passiert, wenn man da durchgeht. Aber, ja, die ähneln sich wirklich alle immer sehr. Also zumindest das, was ich euch jetzt gezeigt habe, das gibt es eigentlich tatsächlich in jedem Debugger, der zumindest was taugt. Und das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.